Schöner gewesen, aber ich glaube, man muss sich nicht schämen, das war ein ganz adres Treffen heute. Auf jeden Fall, es war eine wunderbare Veranstaltung, ihr seid super, super kleine Fans. Ich meine, nur anfällig ist ganz geschafft, heute hier ein Brechmeister zu werden. Ich glaube, ihr habt zwei Ausbildungen dazu, ich meine, das ist die Tänik, stark mit ganzer voller Seite. Aber ein dickes Kompliment an die Hollene, ich glaube, sie haben es verdient, es war einfach super geil. Die geile Bahn wird Spaß gemacht, ich glaube, ich meine, langsam dickes, dickes Danke, Ich glaube, ich muss nicht sagen, am Jahre 6.0.0, weil meine Aggregate heute noch zu sehr anhanden sind, was sie Vorteile gehabt haben, heute richtig schön bei euch. Danke schön. Danke schön. Danke schön.